Hallihallo und herzlich willkommen bei Meeple King und unserem Podcast All About Bread. Gon ist heute leider nicht mit am Start, den hat es richtig aus den Socken gehauen, der hat eine ordentliche Grippe und liegt mit Fieber im Bett, was leider auch dazu führt, dass er gerade einen Brettspieltisch nicht ausliefern kann, den er eigentlich heute ausliefern wollte. Aber ja, was willst du machen, wenn du mit Fieber im Bett liegst? Und ich habe auch ganz kurz mal gestern mit ihm ein, zwei Sprachnachrichten ausgetauscht. Also da ist wirklich nicht viel zu löten bei ihm. Stimme im Eimer, alles im Eimer. Blödest, dass er jetzt quasi nach Eckersdorf gekommen ist, um halt den Tisch bei seinen oder mit seinem Dad fertig zu machen und dann eben auszuliefern. Und jetzt liegt er halt hier bei seinen Eltern im kranke Bett. Jetzt muss sich quasi seine Mama um ihn kümmern und nicht Annika in Dresden. Das ist natürlich super ärgerlich. Aber die Fahrt nach Dresden schafft er halt nicht. Ey, aber Mama ist doch immer noch die Beste. Also wenn sich jemand um ihn kümmert, dann ist doch Mama, oder? Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall mache ich jetzt alleine heute mal den Podcast. Letzte Woche kam ja keiner, haben wir ja gesagt, wir bringen jetzt immer nur noch alle zwei Wochen den Podcast raus. Deswegen werde ich heute mal da was an den Start bringen. Allerdings werden wir mal gucken, wie lange der sauert, wie lange ich euch hier alleine besülzen kann. Und wir fangen erst mal an mit Dingen aus meinem Leben. Und da Feuerwehr-Stories immer bei den Leuten cool ankommen, also Rettungsdienst-Stories, dachte ich, fange ich einfach mal mit zwei Rettungsdienst-Stories an, die ich erlebt habe. Und einfach mal auf die Schnelle mit euch teilen will, so ein bisschen zum Auflockern und ja, um mein Leid oder mein Spaß mit euch zu teilen. Und zwar ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich diesen Einsatz hatte, aber wir sind in ein Zentrum für Lebensmittelforschung gefahren, weil da hieß es allergische Reaktion. Und da sind wir reingekommen und dann saß da einer auf dem Stuhl, die war schon ein kleines bisschen am Röcheln, weil sie Probleme mit der Luft gekriegt hat. Und ja, dann haben wir gefragt, was sie denn gemacht hat. Und dann sagt sie, sie hat eine Macadamia-Nuss gegessen. Okay. Ja, hat sie denn eine Nussallergie? Sagt sie, ja, ja, ich habe eine Nussallergie auf die Nüsse, die Nüsse, die Nüsse, aber ich wusste ja nicht, dass Macadamia dann auch dazugehören. Ja, genau. Das teste ich auf Arbeit. Das lasse ich auch nicht irgendwo anders testen. Und naja, auf jeden Fall haben wir sie dann mitgenommen, anbehandelt und ins Krankenhaus gebracht. Ja, genau. Ich habe eine Nussallergie, deswegen knacke ich mir auf Arbeit erstmal ein paar andere Nüsse rein, weil ich habe ja nicht gewusst, dass das grundsätzlich, wenn ich schon auf drei, vier Nusssorten, naja, der Gespinn dann auch auf eine vierte zählt. Darwinismus. Also sie hat es überlebt. Das sollte das jetzt nicht heißen. Aber naja. Und das zweite Ding, worüber ich gerne mit euch reden würde, das war auch schon vor ein paar Jahren, da sind wir, da hatte ich Dienst zu Silvester war das, glaube ich, genau, zu Silvester. Und die wollten eine Feuerzangenbowle machen. Ihr kennt das sicherlich, man nimmt halt so einen großen Krug und dann packt man da drüber so einen Zipfel, also so ein richtig großes Zuckerstück und da lässt man halt dann den Rum rüber laufen, vorzugsweise halt 60-prozentigen und leicht erwärmten. Dann kann man den anzünden und dann karamellisiert der Zucker mit dem Rum da drüber, wenn es brennt und tropft dann halt unten in die Feuerzangenbowle rein. Und ich weiß nicht genau, was die gemacht haben. Die saßen zu viert am Tisch, waren alle schon betagt, also so Mitte 60 würde ich sagen und haben was gespielt während dieser Feuerzangenbowle da. Und irgendwas ist schief gegangen, auf jeden Fall ist die Feuerzangenbowle umgekippt und es hat eine mördermäßige Stichflamme gegeben. Und der Typ, das ist halt genau in die Richtung gefallen, wo der eine gesessen hat, der konnte sich gerade noch darunter wegduppen. Und die Stichflamme ist ihm über die Haare rübergegangen. Das heißt, seine Haare waren versenkt. Er hatte auch ein bisschen gerötete Kopfhaut, also ein bisschen Schmerzen hatte der. Ich glaube, die Augenbrauen hat es auch ein bisschen angesmoggt. Aber so an sich war halt vom Gesicht her ging es ihm ganz gut. Man hat halt gesehen, leichte Verbrennung an der Kopfhaut. Aber es hat ihm auf jeden Fall Augenbrauen und Haare ordentlich versenkt. Und das Krasse war, dass so 2,50 Meter hinter ihm stand eine Couch und da war ein Brandloch drauf. Also ich weiß nicht, was für ein mördermäßiger Flammenwerfer da rausgekommen ist aus dieser Feuerzangenbowle. Auf jeden Fall, hätte er sich nicht weggeduckt, hätte es ihm, glaube ich, richtig das Gesicht weggeburnt. Also es ist ja auch nichts rausgeschwappt. Also die Feuerzangenbowle ist halt einfach umgekippt und dann kamen dann diese 2,50 Meter lange Stichflamme anscheinend raus. Wir standen in dem Zimmer und haben das versucht so nachzuvollziehen, was da passiert ist. Die konnten es uns auch nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall eine krasse Nummer. Also passt auf mit eurer Feuerzangenbowle, dass die nicht umfällt oder lagert sie halt nicht mitten auf dem Tisch, wenn ihr nur einen kleinen Tisch habt und wollt dann da noch irgendwie was machen. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Event. Den haben wir dann natürlich auch in die Klinik gefahren zur weiteren Behandlung. Und ich glaube, einen Großteil seiner Haare kann er dann erstmal erneuern lassen. Wo wir aber gerade schon mal bei dem Thema sind. Ich würde euch einfach ganz gerne mal einen kleinen Einblick in die aktuelle Lage im Land Berlin geben. Viele hören ja da draußen immer nur so, wie läuft es, wie könnte es sein, wie sieht es aus. Also die Rettungsstellen sind voll. Die sind richtig voll. Auf den Intensivstationen stapeln sich auch wieder Corona-Patienten. Ob das jetzt an den reduzierten Betten liegt oder weil halt wirklich unglaublich viele Leute da sind. Sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass in den meisten Fällen von den Krankenhäusern, die wir in Berlin haben, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele sind, 20 bis 25, irgendwie so in dem Dreh, nehmen in den meisten Fällen nur noch fünf Krankenhäuser überhaupt Corona-Patienten an. Alles andere nimmt dir die nicht ab. Auch nicht, wenn du mit dem Rettungswagen da ankommst. Die nehmen keine Corona-Patienten mehr auf, weil die rappelvoll sind. Viele Kliniken schließen auch aktuell teilweise ihre zentrale Notaufnahme. Auch Kliniken der Maximalversorgung, also Kliniken, die das eigentlich so gesehen gar nicht dürfen, weil sie immer für Menschen verfügbar sein müssen. Selbst die sagen, wir sind so voll. Wir können nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und auch der Rettungsdienst geht halt auf dem Zahnfleisch. Also wir haben teilweise Eintreffzeiten von 20 bis 30 Minuten zu einem Einsatzort mitten in Berlin, weil einfach kein Fahrzeug mehr verfügbar ist. Also an alle da draußen, ob ihr einen Rettungswagen braucht oder nicht, überlegt es euch. Und wenn ihr in Berlin wohnt, ist es vielleicht sogar teilweise eine bessere Option, ins Umland zu fahren, wenn die Möglichkeit noch besteht oder ihr geht einfach zu dem Hausarzt. Aber Kliniken und Rettungsdienste sind kurz vorm Kollabieren. Und wenn ihr in der Klinik seid und ihr wartet halt schon seit vier Stunden darauf, dass ihr behandelt werdet. Ich weiß, das ist super ärgerlich. Das darf so nicht sein. Ich weiß. Aber seid bitte trotzdem nett zu den Schwestern und auch zum Rettungsdienstpersonal. Wir gehen alle auf dem Zahnfleisch. Wir sind alle richtig fertig. Und wir können nichts dafür. Es ist einfach nicht mehr normal. Rettungsstellen sind ausgebaut für die Behandlung von 30 Patienten. Also jetzt mal so als Beispiel. Und schließen, weil 45, 50 Patienten da rumliegen. Wir wurden nachts um eins schon mal angesprochen. Wir möchten bitte keine Patienten mehr bringen. Weil Patienten, die oben auf Station sein müssten, schlafen schon in Zimmern in der Rettungsstelle. Weil einfach auch oben kein Platz mehr ist. Die Leute schlafen auf den Gängen. Also dieses System wurde hier gegen die Wand geballert. Und wir haben jetzt alle darunter zu leiden. Ich will jetzt hier auch keine Hetze gegen irgendwen starten. Ich wollte euch einfach nur mal die Situation aus Sicht von einem Rettungsdienstler sagen. Damit ihr einfach mal wisst, wie das Ganze so aussieht. Okay. Damit haben wir diesen Smalltalk am Anfang abgehakt. Und dann rutschen wir einfach mal rein in das Thema Brettspiele tatsächlich. Was hat sich so ergeben? Was habe ich so gespielt? Was ist so angekommen? Was ist passiert? Und wir fangen direkt mal an mit Spielen, die hier angekommen sind. Und zwar Dragomino. Hat mein Großer. Also vier Jahre alt. Vom Nikolaus bekommen. Und wir haben das Spiel jetzt schon einige Male gespielt. Ich muss für mich sagen, dass ich ein kleines bisschen enttäuscht war von Dragomino. Es ist das Kinderspiel des Jahres 2021 geworden. Und da habe ich ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. War das Kinderspiel des Jahres 2021 oder 2022? Jetzt will ich ja gar keinen Mist erzählen hier, ey. Moment, muss husten. Ich glaube, 21 war das. Lalalala. 21, genau. Nicht das hier Quatscherzähler. Also Kinderspiel des Jahres 2021. Und dafür ist es dann doch eigentlich nur Domino. Also man legt die Steine halt aneinander. Und wenn sie passen, darf ich ein Drachenei aufdecken. Und dann gucken, ist da ein kaputtes Ei drunter oder ein vollständiges, äh, oder ein Drache. Finde ich ein bisschen dünn. Also ich habe halt erwartet, dass bei einem Spiel des Jahres irgendwie noch ein bisschen mehr drin ist. Irgendein cooler Kniff oder irgendwas. Also von der Warte her muss ich enttäuscht, bin ich da enttäuscht. Also wenn es jetzt nicht das Spiel des Jahres wäre und ich hätte es halt einfach so gekauft. Also meinem Großen gefällt es sehr, sehr gut. Der spielt es total gerne. Es ist auch recht cool zu sehen, wie er überlegt, welche, also nur ganz groß mal umrissen. Also wie beim Domino ist es, ihr habt halt ein Startteil, dann werden vier Teile in die Mitte gelegt. Von dem könnt ihr euch eins aussuchen. Das legt ihr bei euch ran. Ihr könnt es überall ranlegen. Es muss nicht passen, aber wenn es passt, dann dürft ihr halt ein Ei aufdecken. Es ist ein Drache drunter, dann bekommt ihr einen Punkt am Ende des Spiels. Und das ist es halt auch schon. Das wird gespielt, glaube ich, über acht oder neun Runden. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt. Und das ist schon ziemlich cool bei meinem Großen zu sehen, wie es dann bei ihm rattert, wie er überlegt mit seinen vier Jahren, wo kann er welches Teil ranlegen, um möglichst viele Schnittpunkte zu haben, um dann halt eben Dracheneier aufzudecken. Und er freut sich dann auch. Das ist an sich schon ziemlich cool. Es ist auch ein sehr gutes Kinderspiel, keine Frage. Und wie gesagt, ab vier Jahren funktioniert das schon. Ich habe aber von einem Kinderspiel des Jahres irgendwie mehr erwartet. Da muss ich sagen, bei Duke Kids, was ihr aktuell nicht kaufen könnt da draußen, aber es von dem Machen von Duke and Danger, ist ja auch ein Memory-Spiel. Aber Co-op finde ich schon mal einen interessanteren Kniff. Und dann, dass da die Affen gefangen werden und man die Affen befreien kann. Und das fühlt sich für mich, es ist jetzt auch nicht so viel mehr, es fühlt sich für mich aber irgendwie ein kleines bisschen innovativer an, als das, was Dragomino hier gemacht hat. Also, Duke Kids stand jetzt nicht zur Auswahl zum Spiel des Jahres. Ich will es halt nur mal so sagen. Egal. Meinem Großen gefällt es trotzdem sehr, sehr gut. Der hat da richtig Spaß dran. Er sieht total niedlich aus. Dragomino kann man mal sich angucken, wenn man kleine Kinder hat. Dann haben wir Among Cultists online gespielt. Und zwar mit Stefan Godot. So, wir haben, nachdem wir zwei Runden hier auf unserem Social Deduction-Spieletag gespielt haben, dazu gibt es übrigens ein Video, könnt ihr gerne mal reingucken, haben wir es dann jetzt noch mal online mit ihm gespielt, weil wir das Gefühl hatten, dass die Kultisten deutlich zu stark waren. So, dann haben wir es jetzt noch mal mit Leuten gespielt, die es schon viele, viele Runden gespielt haben. Wir waren insgesamt sieben Leute. Es kam halt sogar also noch ein Kultist dazu. Also es waren zwei Böse und fünf Gute, wo ich mir am Anfang schon gedacht habe, mit einem Kultisten und fünf Guten hatten wir schon zu kämpfen. Und jetzt kommt noch ein zweiter dazu. Kann das was werden? Und tatsächlich war es ein sehr interessantes Spielerlebnis, weil wenn Leute dabei sind, die da ein bisschen Ahnung haben, dann kommt da ein ganz anderer Flow zustande. Und ich glaube, wir haben es dann halt hier auch, also wir haben es nicht falsch gespielt, aber unsere Herangehensweise war jetzt nicht unbedingt richtig. Man sollte halt wirklich Begegnungen vermeiden, bis es sich irgendwann halt nicht mehr vermeiden lässt. Und dann muss man halt gucken, dass man die Leute platt macht. War aber super interessant. Und auch wie Stefan war der Kultist, wie er dann am Ende einfach abgemurkst wurde von einem Mitspieler, weil er gesagt hat, nee, es reicht mir. Ich glaube, du bist ein Kultist. Und hat ihn platt gemacht. Das war ein richtiger Boss-Move. Und Stefan war dann raus. Ich hielt ihn auch für eine Schlange. Stefan. No. Lügner, du. Und selbst als er aus dem Spiel raus war, als er tot war, hat er immer noch so getan, als wäre das eine total blöde Entscheidung gewesen, weil er ja kein Kultist war. Er war es aber am Ende doch. Also das Lügenmärchen so dann hinten rauszuziehen, fand ich sehr witzig. Es war aber auch so ein Moment im Spiel wieder dabei, so typisch Social Deduction. Er hat regeltechnisch dann halt nochmal was nacherklärt und meinte, ja, wenn ein Spieler schon tot ist, dann kann man die und die Aktion leider nicht mehr machen. Sehr schade. Und er hat das tatsächlich ernst gemeint, dass diese Aktion dann verfällt. Und das schade ist aber, in seinem Tonfall konnte man erkennen, dass er Kultist ist und das halt eben nicht so schade findet, wie er es gerne ausdrücken wollte. Und da hat man dann schon gemerkt, dass er ein Kultist ist. Also immer witzig, wenn bei Social Deduction dann, es reicht, wenn für eine Sekunde die Fassade desjenigen fällt und du hinter dem Vorhang gucken kannst. Und das ist sehr, sehr witzig. Also immer ein Kultist war super interessant. In der Spielerkonstellation. Ich würde es gerne auch immer mal nochmal ein paar Runden spielen. Schauen wir mal. Verspricht ein sehr spannendes Spiel zu werden. Den Kickstarter dazu wird es auf jeden Fall Mitte Januar geben. Wir werden dazu auf jeden Fall nochmal ein Preview drehen. Und ganz wichtig, schaut da auf jeden Fall schon mal rein. Nicht, dass ihr da wieder blind in das Spiel reinmarschiert, so wie es bei Human Punishment The Beginning war, was dann in großen Stückzahlen wieder verkauft wurde, weil die Leute mit anderen Erwartungen rangegangen sind. Also das Human Punishment The Beginning ist ein sehr gutes Spiel. Das Problem ist, die Erwartungen der Leute waren einfach komplett falsch. Es ist nämlich ein Spiel für Profis und nicht für Einsteiger, aber ich werde sowieso immer mal wieder festgestellt, Leute gehen halt an Kickstarter einfach rein und haben sich nicht mal mit der Grundmechanik beschäftigt. Das ist schon manchmal sehr, sehr eigenartig. Immer ein Kaltist, Mitte Januar. Dwellings of Eldervale wieder eine Runde gespielt. Ich finde das Spiel einfach cool. Da wird es im März, glaube ich, nächsten Jahres, gibt es die Third Print Edition. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzugucken, ob ihr da vielleicht eins mit abgreifen könnt, wenn ihr da Bock drauf habt. Ist eine echt coole Mischung. Also ihr könnt eigentlich nur wie bei Charterstone entweder einen Arbeiter platzieren oder einen zurücknehmen. Und das kann aber auch Kämpfe auslösen. Und dieses Zurücknehmen der Arbeiter ist halt auch cool, weil ihr euch im Spiel Karten besorgt. Und wenn ihr eure Arbeiter zurückholt, könnt ihr die auf die Karten raufstehen. Dann lösen die einen Sondereffekt aus. Das Spiel ist ziemlich tief. Also es lässt viel zu, aber ist dabei trotzdem total einfach. Haben wir auch letztens umfangreicher drüber gesprochen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir werden da auch mal ein Review zu machen. Jetzt haben wir es, glaube ich, schon vier oder fünf Runden gespielt. Also Dwellings of Eldervale. Ich finde es schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ansonsten haben wir mal eine Runde D&D gespielt. Kumpel von uns, Silvio, Grüße gehen raus, hat selber ein One-Shot-Szenario geschrieben, was eigentlich spielbar sein sollte in drei bis vier Stunden. Ich glaube, wir haben jetzt so sechs bis sieben gebraucht. Haben dann quasi über die D&D-Plattform unsere... Ist mir ein Stift runtergefallen. Mal nur einen Moment. So, haben dann über die D&D-Plattform dann da mit ihnen einen Helden erstellt und haben dann gespielt. Unsere Helden haben auf Level sieben angefangen. Und ja, dann haben wir jetzt zwei Abende gespielt. Ich habe mir so meine Gedanken darüber gemacht und ich glaube, es ist nicht so meins, muss ich sagen. Also, Silvio hat sich wirklich Mühe gegeben. Der hat auch in so einem 3D-Modell die Welt kreiert, in der wir dann rumgelaufen sind. Er hat die Geschichte spannend erzählt. Er hat auch gut reagiert auf die Sachen, die wir gesagt haben. Das war schon alles gar nicht so schlecht, aber irgendwie hat es mich dann doch nicht so richtig mitgenommen. Und wir haben jetzt mit Charakteren auf Level sieben angefangen. Und die können dann halt schon relativ viel... Bis du eigentlich so dahinter gestiegen bist, was kann denn dein Charakter? Alles ist das Szenario halt echt schon rum. Game Master sein muss man natürlich üben. Also Silvio hat das auch sehr gut gemacht. Man muss natürlich aber auch so das mit den Gegnern üben, wie das Ganze läuft, was da so passiert, was man machen kann. Das ist alles echt tricky. Ich habe es mich ja damals auch mal als Game Master versucht bei dem Pen & Paper. Und ich habe eigentlich, glaube ich, mit das einfachste Monster reingenommen, was man mit reinnehmen konnte. Und das Spiel ging los. Mein Bruder hat sich dem Monster gegenübergestellt. Ich habe mit 20 gewürfelt, also kritisch, und habe ihn halt direkt mit dem ersten Schlag aus dem Leben gekickt. Das fühlt sich dann halt schon so ein bisschen komisch an. Ich meine, das kann passieren bei so einem Spiel, aber irgendwie ist das eigenartig. Also ich mag dann eher so ein runderes Spielerlebnis, so ein fertiges Spiel, was sich in einer guten Zeit runterspielen lässt. Und ja, der wird sieben Charaktere. Ich meine, Robert hat einen Magier genommen, der konnte sich dann aus, was waren das, 120 oder 150 zaubern, konnte sich dann fünf aussuchen, die er mitnimmt. Und also abartig viel. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf gehabt, das da durchzublättern und mir dann irgendwelche Zauber rauszusuchen. Irgendwie, ja, ich habe halt einen Mensch genommen, weil ich hätte noch so viele Sachen machen können mit Ausweichen hier. Und also das Spiel ist halt wirklich bis zum Gap nur aufgebläht. Und wenn du da keine Ahnung von hast, dann ist das schon eine ziemlich große Einstiegshürde. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass Pen & Paper dann eher sich an die Profirie gerichtet. Vielleicht hätten wir da mal gucken sollen, so die Jungs von Game 2 oder Rocket Beans, die haben ja auch ihr eigenes System entwickelt, was für One-Shots ist. Das ist halt ein bisschen abgespeckter. Vielleicht da mal irgendwie noch gucken, dass man One-Shot macht. Aber ich weiß noch nicht, ob Pen & Paper so meins ist. Aber wir hatten ja auch schon mal eine Abstimmung gemacht. Das war ja hier auch auf dem Kanal jetzt nicht so der Brenner, wo die Leute sich drum gerissen haben. Ja, das war es auch schon, was ich gespielt habe. So viel mehr war es gar nicht. Es war inzwischen durch noch eine Runde Keep Heroes Out, aber wir müssen ja nicht immer über die gleichen Sachen reden, außer, dass ich mit Franzi das Level geschafft habe, indem ich mit Gordon gescheitert bin. Falls du dir das anhörst, Gordon. Ja, ich habe es mit Franzi geschafft. Ähä. So. Ansonsten, was liegt an? Morgen. Morgen treffe ich mich mit den Jungs von Nanolead. Und da läuft der Pledge Manager bald aus. Also jetzt habt ihr langsam die letzte Möglichkeit, euch da reinzusetzen, festzuzacken an dem Spiel. Die kommen morgen tatsächlich vorbei. Nehmen ganz viele Kilometer auf sich, sind mal zu Berlin in Besuch und haben sich überlegt, so, naja, wenn dann schon mal hier, dann auch Meeple King. Finde ich gut. Das ist die einzig richtige Entscheidung. Und bringen Nanolead mit. Das werden wir hier auf jeden Fall auf den Tisch knacken. Mal gucken. Vielleicht kann ich auch mal eine Spezialmission rein schnuppern, die man sonst nicht zu sehen kriegt. Ansonsten, Nanolead ist ein Dungeon Crawler mit vier asymmetrischen Helden, die in einer Kryo-Kapsel auf- oder, ja, da rausploppen. Also eine Kryo-Kapsel ist, glaube ich, nicht richtig, so eine Schleimkapsel, in der man schläft, wie dem auch sei. Alle haben ihr Gedächtnis verloren, die Hürde brennt, alle ballern, viel geht schief. Ihr habt vorgefertigte Szenarios, die ihr dann ablaufen müsst, mit einer richtig tiefgreifenden Story. Bei dem Spiel wurde erst die Story created und dann das Spiel drumherum. Und was das angeht mit der Story, da sind die Jungs auch richtig gut drauf und tief drinnen. Also es verspricht, eine sehr, sehr spannende Story zu werden. Sie haben sich auch einen berühmten Zeichner geholt. Es sieht total geil aus. Und ja, wenn ihr das Gefühl habt, ich pushe das Spiel jetzt hier, dann ja. Weil ich habe da auch Bock drauf. Es hat sich gut gespielt, das erste Szenario. Ich habe es mit Jan gespielt. Wir hatten richtig Spaß. Das zweite Szenario haben wir auch gemacht. War ein fetter Bosskampf. Und man hat schon Bock, mehr über die Helden zu erfahren. Man hat Bock, die Helden weiterzuentwickeln. Es sind immer vier gleiche Helden. Man muss auch immer alle vier mitnehmen. Das macht das Balancing ziemlich gut. Und das verspricht halt echt, ein ziemlich cooler Dungeon-Crawler zu werden, der ein kleines bisschen was anderes macht. Ihr habt so eine Ultimativfähigkeit. die sich immer wieder auflädt. A la Final Fantasy Style mit einer Limitleiste. Und das sieht alles super interessant aus. Schaut doch einfach nochmal in unser Review rein, wenn euch das Ganze interessiert. In unser Preview. Wir hatten einen Prototypen da. Morgen kommen die Jungs vorbei. Dann werde ich mit ihnen auf jeden Fall nochmal ein Poster dazu machen. Wir werden nochmal eine Runde spielen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann hauen wir mal wieder StarCraft auf den Tisch. StarCraft, das Boardgame. Also wer es noch nicht gespielt hat, ein alter Schinken. Das Spiel hat bestimmt schon fast 20 Jahre jetzt auf dem Buckel. Aus meiner Sicht ein richtig, richtig gutes Brettspiel. 4X-Style mit Programmierung. Ihr habt so Chips. Und der Reihe nach legt ihr die auf Planeten und legt fest, was ihr da für Aktionen machen wollt, wenn die dann abgearbeitet werden. Jeder legt vier Stück, glaube ich. Ich bin gerade nochmal dabei, die Regeln zu überfliegen. Base Games sind ja nur 45 Seiten regelheft. Das ist ja gar nichts. Und dann, wenn der Reihe rum die Dinger abgearbeitet, witzig ist, ihr könnt andere Spieler blockieren. Also wenn die irgendwo Chips draufgelegt haben, die sie recht schnell abarbeiten wollen, könnt ihr euren Chip einfach oben draufpacken. Dann kann es sein, dass sie zwei, drei Runden nichts machen können, weil sie nicht an ihren rankommen, so lange eurer oben draufliegt. Das ist ziemlich witzig. Damit könnt ihr ihnen auch komplette Aktionen versauen. Und ihr könnt halt alles, was ihr bei StarCraft könnt. Ihr könnt die Gegner wegrushen mit den Zergs, also schnell die kleinen Zerglinge bauen, rüberrennen und versuchen, ihn platt zu machen. Das lässt schon viel zu. Das macht Spaß. Das ist ein cooles Spiel. Vielleicht ist es an ein, zwei Ecken nicht ganz ausgereift. Und man muss sagen, das Base Game hat tatsächlich so seine Schwächen. Aber mit der Erweiterung Broadwater zu, ist es halt einfach ein richtig gutes Spiel. Da haben sie die Fraktion nochmal richtig asymmetrisch gemacht mit einzelnen Fähigkeiten. Also zum Beispiel bei den Zerg könnt ihr entweder Kerrigan spielen oder den Overmind. Und die sind beide auch nochmal unterschiedlich. Und während des Spiels erlangt ihr auch noch drei Entwicklungsstufen mit dem jeweiligen Charakter. Und könnt dann da auch nochmal spezielle Entwicklungen auswählen. Das ist echt gut. Aber meines Empfindens wirklich nur mit der Broadwater-Erweiterung. Ich habe sie sogar damals auf Deutsch bekommen. Also ich habe sie mir einfach, das Spiel war draußen. Ich fand die cool. Ich habe die bestellt. War überhaupt kein Problem. Mittlerweile bezahlt ihr, glaube ich, für die Broadwater-Erweiterung, wenn ihr sie auf Deutsch haben wollt. 200 Euro oder so. Es ist abartig viel. Das ist es dann wahrscheinlich nicht wert. Aber wenn ihr mal irgendwo die Möglichkeit habt, StarCraft zu spielen, dann tut das eben auch. Es ist halt schon ein sehr cooles Spiel mit Kult-Status. Schade, dass sie das nicht nochmal irgendwie neu auflegen für Leute, die Bock drauf haben. Ich glaube, Community wäre tatsächlich da. Genauso wie World of Warcraft. Aber da muss man sich dann halt wieder die Lizenzen holen. Mittlerweile ist es ja nicht mehr Blizzard alleine. Jetzt ist es ja Activision Blizzard. Ja, leider. Die hätten mal alleine bleiben sollen. War eine gute Firma, wo sie Activision noch nicht an der Backe hatten. Ja. Wie dem auch sei, ich freue mich drauf. Und schaue bei der Nano-Lös-Kampagne nochmal rein. Wie gesagt, der Pledge-Manager schließt zeitnah. Coffee Traders ist jetzt auf Deutsch verfügbar von Skellig Games. Ist so ein bisschen, also man hat gesagt, ein Lacerda, der Lacerda, nicht von Lacerda. Ein sehr komplexes Spiel, in dem es darum geht, Kaffee anzubauen, zu ernten, zu verfrachten, zu liefern. Und damit dann sein Geld zu verdienen. Das Spiel sieht erschreckend thematisch aus. Ja, also so optisch, also es macht halt schon was her. Also es sieht halt aus, als wäre der Buchhalter auf so einer Kaffeefarm. Man muss den Artstyle, glaube ich, mögen. Ich selber habe es noch nicht gespielt. Gordon hat sich schon die Anleitung durchgelesen und ist eigentlich ready to play. Wenn er nicht mit Fieber am Bett liegen würde, hätten wir da bestimmt schon mal reingeguckt. Aber so wird es dann zeitnah, also über die Feiertage spielen. Und dann wird es davon, uns ein Review zu geben. Auf jeden Fall jetzt frisch angekommen. Wer da Bock drauf hat, Coffee Trader von Skellig. E-Games. So, das habe ich hier noch auf meinem schönen Zettel stehen. Das sind übrigens keine bezahlten Sachen, die wir hier machen. Ich gucke einfach immer, was ist interessant, was interessiert mich, was könnte interessant für euch sein. Kickstarter und GameFound ist jetzt nicht so viel passiert. Ihr könnt gerne mal bei Uprising reingucken. Da ist ein aktuelles Update rausgekommen. Mann, das sieht wieder richtig geil aus, was die Jungs da raushauen. Aber gut, wer in dem Pledge nicht drin ist, sollte da vielleicht einfach nicht mehr raufgucken, weil ihr könnt in Pledge nicht mehr, also Pledge Manager ist geschlossen. Und wenn euch das jetzt da so anfixt, was da gerade als Update rausgekommen ist, dann wäre das blöd, weil ihr könnt das Spiel nicht mehr erwerben. Aber es sieht schon sehr, sehr gut aus. Die Standys, die die da rausgehauen haben, die Jungs, die haben es voll rauf. Die Spieleoffensive hat wie jedes Jahr so ein Weihnachtsüberraschungspaket. Das kostet 35 Euro und das Spiel, was da drin sein wird, hat einen Wert von mindestens 37 Euro, wenn nicht sogar mehr. Da gab es schon einige Auswertungen in der Brettspielwiese. Terracotta Army kann drin sein und noch diverse andere Spiele, die auf der Spieltischfamilie gerade vertrieben werden. Viele finden das cool. Meine Aktion ist es überhaupt nicht, weil ich immer gerne eine Vorauswahl treffe. Also ich kaufe halt Brettspieler auch nicht blind. Also ich gehe jetzt auch nicht einfach irgendwie auf eine Messe und laufe an einem Spiel. Also wenn, dann muss es wirklich richtig, richtig gut aussehen, dass ich da Bock drauf habe, mir einfach so ein Blindenspiel zu kaufen. Das passiert aber eher nicht. Vorher spiele ich es wenigstens eine Runde pro und gehe dann FOMO-Hype da rein, um dann festzustellen, dass ab Runde zwei doch keinen Spaß mehr macht. Aber grundsätzlich ist das halt nicht so meins. Deswegen kann ich es auch nicht leiden, mir da jetzt so ein Weihnachtspaket zu bestellen und das dann auszupacken. Und dann habe ich ein Spiel drin, was mir eventuell so gar nicht gefällt. Aber grundsätzlich finde ich die Aktion ziemlich cool. Also wenn ihr da Bock drauf habt, es sind auch schon richtig viele Pakete rausgegangen. Es gibt nur eine begrenzte Stückzahl. Also lustig finde ich die Aktion schon. Da könnt ihr mal auf die Spiele-Offensive gucken. Außerdem ist Dog Park jetzt verfügbar von der Spiele-Offensive. Und das ist vom Prinzip her, also ich hatte es gesehen bei den B-Rex Days, das sah so ein bisschen aus wie Flügelschlag mit Hunden. Also jetzt seid nicht böse, wenn das völlig am Thema vorbei ist, aber ich hatte so das Gefühl und alle, die es gespielt haben, haben auch gemeint, das fühlt sich schon ein bisschen so an. Also wer Bock auf Flügelschlag mit Hunden hat, der kann da mal reingucken. Das war ganz witzig. Du brauchst halt dann auch so Sachen, um die Hunde glücklich zu machen. Du musst da anleihen und dann brauchst du so Bälle zum Spielen oder Kauknochen. Und das sah ganz witzig aus. Moment, ich muss den Schluch trinken. Ich lasse euch daran teilhaben. ASMR. Moment. Wie war das? Ja, haben wir das auch abgehakt. So, dann gibt es eigentlich nur noch so ein paar kleine organisatorische Sachen in eigener Sache. Und zwar findet aktuell das Voting zu unserem Community-Spiel statt. Und zwar um dem Spiel, also eure Favorites of all the time. Ja, also was sind so eure Lieblingsspiele für immer, von immer. Eure Top 3, Top 1, euer Bestes, Top 3, euer Schlechtestes. Wer da gerne mitmachen möchte und Teil unserer Community ist, der schreibt eine E-Mail an martin.meepicking.de und schreibt bitte einfach nur rein meine Top-List und dann Platz 1, 2, 3. Dann von mir aus noch Grüße und euren Namen. Aber bitte nicht so viel mehr Blabla da reinschreiben, weil wenn da alle einen Fließtext und einen Roman verfassen, dann werde ich ja gar nicht fertig mit dem Lesen und Auswerten. Und ja, so ist die ganze Sache noch sehr übersichtlich. Und dann pflege ich das da ein. Es gibt schon heißen Favoriten. Man sieht, auf welchem Spiel unsere Community basiert. Aber da werde ich natürlich jetzt noch nicht zu viel verraten. Da ist auf jeden Fall der Einsendeschluss der 31.12. Aber wie man so schön sagt, was du in den ersten 72 Stunden nicht tust, nach Hören tust du auch später nicht mehr. Also wenn ihr das jetzt hört, dann einfach direkt eine E-Mail an mich schreiben und schreibt eure Top 3 rein. Dann seid ihr einfach mit dabei. Das ist cool. Ich finde es gut. Lasst uns mal gucken, was so eure Top-Spiele sind. Und ansonsten, wer bei Discord nicht reinguckt, aber beim Brettspiel-Event im Februar dabei ist, da könnt ihr mit abstimmen. Oder was heißt mit abstimmen? Ihr schreibt einfach rein, auf welche Spiele habt ihr Bock bei unserem Brettspiel-Event. Wir sind übrigens voll. Wer möchte, kann sich da noch auf eine Warteliste setzen lassen. Auch eine E-Mail an martin.meepleking.de. Dann vielleicht könnt ihr nachrutschen, wenn einer ausfällt. Aber aktuell sind wir voll. Und ja, da planen wir jetzt gerade. Was wollt ihr spielen? Schreibt es einfach mit rein. Welche Spiele könnt ihr mitbringen? Schreibt es einfach mit rein. Von uns wird es jetzt gelegentlich mal Shorts geben auf YouTube. Wenn euch ein Short von Meepleking angezeigt wird, wäre es super cool, wenn ihr da wenigstens draufklickt und lasst den einmal durchlaufen. Wir versuchen das ein bisschen mit Humor zu machen. Vielleicht werden wir da auch einmal wieder ein, zwei Kurz-Reviews oder so machen, mit denen wir dann auf unsere langen Reviews verweisen. Mal schauen. Die liefen bis jetzt irgendwie nicht so gut. Das letzte Video ist richtig eingeschlagen mit der Knallknisterfolie, der Luftpolsterfolie. Total bescheuert. Aber es gab echt viele Aufrufe innerhalb kürzester Zeit. Und wir werden einfach mal gucken, ein bisschen Unterhaltung aus dem Bereich Brettspiel zu bringen. Natürlich, wir werden an dem Brettspiel dranbleiben. Vielleicht werden wir mal die verschiedensten Spielertypen auflisten. Da könnt ihr auch gerne mal auf YouTube noch in die Kommentare schreiben, was euch so an lustigen Situationen oder Gelegenheiten zu Hause am Brettspieltisch aufgefallen ist. Sei es der Spielertyp, sei es so Sachen, über die man immer wieder nachdenkt bei so einem Brettspiel, die total hohl sind. Oder dann schreibt es halt einfach mal in die Kommentare rein. Vielleicht mache ich mal einen lustigen Short darüber, weil ich die Situation halt auch kenne. Jo. Und könnt ja generell mal schreiben, was ihr so von den Shorts haltet. Ob ihr da mal so draufklickt oder ob sowas gar nichts für euch ist. Ansonsten lasst sehr gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn ihr immer up-to-date sein wollt von MeepleKing. Und jetzt habe ich alleine die halbe Stunde voll gequatscht. Ich denke, das ist gut. Zu zweit schaffen wir eine Stunde. Alleine schaffe ich eine halbe. Und bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, soll es das dann halt auch schon gewesen sein. Dann bedanke ich mich fürs Reinschalten. Das war der Podcast All About Bread von MeepleKing. Ich wünsche Gordon gute Besserung und euch da draußen, falls wir uns nicht mehr hören, ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest mit richtig vielen Brettspielen unterm Baum. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Dankeschön. Tschüss.